Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist wieder der Tobias Steinhäuser dabei, vom YouTube-Kanal Tobias Steinhäuser. Hallo lieber Tobias, schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich freue mich schon drauf. Und mit dem Tobias habe ich ja schon viele Videos gemacht in den letzten Jahren über verschiedenste Themen, aber der Fokus war meistens immer auf Ernährung. Das ist so unser Hauptthema. Und heute haben wir uns ein spezielles Thema herausgesucht. Wir erörtern ja auch immer verschiedene Themen und wir wollen das heute gemeinsam besprechen, Tobias und ich. Und zwar geht es heute um das Thema die Gefahren von der Lehre von Anthony Williams oder Arnold Ehret oder auch anderen Hypes, anderen Ernährungslehren. Nochmal ganz kurz zum Überblick. Anthony Williams, der hat ja in den letzten Jahren einen sehr großen Zulauf erfahren. Er vermittelt ja auch eine besondere Ernährungslehre. Der Fokus liegt auf Obst und Gemüse, auch Wildpflanzen teilweise. Das ist auf alle Fälle erstmal sehr, sehr positiv. Dann geht es auch darum, also er spricht zumindest auch die Probleme an, die die Menschen in der jetzigen Zeit haben, sei es Strahlenbelastung, Schwermetallbelastung, also verschiedenste Belastungen, was Arnold Ehre damals in dem Maße noch nicht so konnte, weil die Belastung eben damals auch noch nicht so groß war. Da legte er seinen Fokus woanders drauf. Anthony Williams empfiehlt Obst und Gemüse, auch Nahrungsergänzungsmittel, hat gewisse Entgiftungsmechanismen, die er da in seiner Lehre empfiehlt. Und Arnold Ehret propagiert die Schleimfreikost. Also er geht davon aus, dass es Lebensmittel gibt, die im Inneren des Körpers Schleim bilden und die eben so, dass die Körpersysteme verstopfen können. Das ist so seine Lehre. Hat ja damals so viel gereist, hat viele Früchte gegessen, viele Fastenkuren gemacht. Und das ist so die eine Lehre. Obwohl die auch sich überschneiden. Anthony Williams und Arnold Ehret, da gibt es wirklich viele Punkte, die ähnlich sind, die sich sogar überschneiden. Aber doch gibt es wieder innerhalb der Lehre Unterschiede. Und ich gebe jetzt mal an dich ab, Tobias. Was ist in deinen Augen eine Gefahr, solchen Lehren von Anthony Williams und Arnold Ehret in der heutigen Zeit blind zu folgen? Wo ist da die Gefahr? Ja, also was mir halt immer wieder aufgefallen ist, dass halt super viele da sehr, sehr dogmatisch sind. Und die Dinge, die mögen ja auch helfen, aber muss halt wirklich anpassen und immer individuell schauen. Und die Gefahren, finde ich, sind oft dabei, dass man da was liest. Habe ich auch schon über Ehret explizit nochmal ein bisschen ausführlicheres Video auf meinem Kanal gemacht gehabt. Dass man halt da was liest. Und das dann einmal vielleicht nicht auf die heutige Zeit, jetzt wenn man Ehret anschaut, das wirklich umändert und adaptiert und sieht, was heißt es eigentlich für mich heute? So, weil wenn Ehret zum Beispiel von, von was für Lebensmittel hat er gesprochen, auch wenn er von Orangen oder sonst was spricht, egal von was für einem Obst, Gemüse er spricht, dann muss das nicht das Gleiche sein wie jetzt heutzutage. Und dann isst man irgendwie das. Und wenn man dann eben die Gefahr dabei nicht aufs Körpergefühl hört und merkt, okay, irgendwie haut das trotzdem nicht so hin. Und manche Sachen jetzt bei Ehret zum Beispiel, ja, die Lebensmittel haben sich verändert, so die Umstände haben sich ein bisschen verändert. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch Felssalat kauft auf dem Markt, so, und man kauft irgendwie einen Felssalat, einen konventionellen im Supermarkt mit Plastik abgepackt, so, das ist einfach welten Unterschied, so, man merkt einfach diese Lebendigkeit, man merkt alles, was da drin ist, es ist wie leer, sag ich mal. Und es ist beides aber Felssalat und auch bei anderen Sachen, auch bei Früchten, sind teilweise so hoch gezüchtet. Und es ist eine ganz andere Qualität. Und wenn man sowas halt nicht berücksichtigt, beziehungsweise die Gefahr eben dabei, dann auch bei Anthony William, so, dass man das Körpergefühl dabei nicht berücksichtigt. Ja. Und Anthony William hatte ich auch super viele Leute kennengelernt, die da sehr, sehr dogmatisch sind und dann diesen Plan von 0 auf 100 so komplett umsetzen. Und da ist es halt dann oft echt kritisch, dass dann halt auch, du hast jetzt im Vorfeld, wo wir gesprochen haben, auch schon ein paar Symptome genannt, wie zum Beispiel, dass die Zähne drunter leiden, so, wenn jemand zum Beispiel komplett schnell da umstellt und das mag eben nicht bei jedem passieren, aber es gibt halt auch die Gefahren dabei. So, Eret geht da auch noch ein bisschen mehr zum Beispiel auf diese Übergangskost ein und dass es super individuell ist, schreibt der eigentlich auch, aber das überliest man bei ihm oft sehr schnell. Anthony William, ich habe die Bücher nicht so genau, kannst du vielleicht noch mehr gleich zu sagen. Ich kenne nur alles so umrissen, alles ein bisschen überflogen, kenne die Grundthesen. Genau, aber dieses komplett individueller Schauen und dass man da eine Transformation mehr in der Ernährung hat, ist mir bei den Leuten zumindest nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, wie sehr er in den Büchern darauf eingeht, kannst du vielleicht mal sagen. Aber diese große Gefahr, finde ich, ist halt immer wirklich, dass man halt das Körpergefühl nicht mehr berücksichtigt und nicht mehr individuell anpasst und wirklich schaut, weil man kann das so viel falsch machen, wenn man nicht die Erfahrung hat. Und das heißt nicht, dass das eben schlecht ist. Das ist wie wenn du ein neues Werkzeug nimmst. Ich sage mal, Eret oder Anthony William benutzt du jetzt als Werkzeug. Das eine ist halt eine total komplexe Kreissäge vielleicht. Ist ein super Werkzeug vielleicht, aber wenn du jemanden hast, der dir zeigen kann, wie man das anwendet, dann kann man das Werkzeug auch richtig benutzen und die Ernährung auch wirklich gezielt umstellen. Ansonsten kann man sich damit halt auch in die eigene Hand sägen, so im übertragenen Sinne. Und da muss man halt, finde ich, aufpassen. Ja, genau. Aber du kannst ja gerne nochmal sagen, was dir bei Anthony William da auch aufgefallen ist, jetzt bei vielen Menschen. Also gerade da habe ich auch immer beobachtet, dass es sehr, sehr dogmatisch dann ist. Aber es gibt immer natürlich ein paar Leute. Bei schleimfreier Heilkost ist es auch. Ja, was ist dir denn da so aufgefallen? Ich kann auch schnell was zu Arnold Eret sagen, weil ich das jetzt die ganze Zeit im Kopf so hatte, gerade weil du auch sagst, ein bisschen Früchte, die Arnold Eret empfiehlt. Also er hat ja auch immer viel die Trauben empfohlen. Die Trauben war für ihn auch so eine Heizung. Und ich esse zum Beispiel kaum Trauben, weil mich die Qualität heutzutage einfach nicht mehr zufrieden stellt. Oft sind sie kernlos und wenn mal Kerne dabei sind, finde ich den Geschmack nicht so berauschend. Aber wenn ich mal Trauben isse, das habe ich auch in einigen Videos schon gesagt, wenn wir mal so einen Rohkostputlack machen, niemand bringt Trauben aus dem Garten mit. So kleine Trauben mit Kern, dann esse ich die auch sehr gerne. Und dann ahne ich auch, was Arnold Ehre damit meint, damit diese Heilkraft der Trauben. Und genau das war das eine. Also das, da kann ich, sorry, nur, weil zu den Trauben kann ich auch was zu sagen, weil ich in einem Weinort aufgewachsen bin und lebe. Und da ist es halt auch so, wenn man mal durch den Weinberg geht, natürlich sind die Weinsorten auch gezüchtet, aber die sind nicht auf Masse gezüchtet. Genau. Und wenn man die Weinsorten anschaut und wenn die reif sind, das sind halt wirklich so murmelgroße Trauben und die haben halt so Buchweizen große Kerne drinnen. So und die verschiedenen Sorten, du schmeckst den Unterschied und das ist halt, das sind Welten. Also das kannst du nicht mit diesen Tafeltrauben, auch wenn du die im Bioladen, Tafeltrauben ohne Kerne kaufst, kannst du nicht vergleichen. Selbst die mit Kernen, das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied. Also kein Vergleich, das sind einfach Welten, das ist wie, als wäre es eine andere Frucht. Natürlich ist es die gleiche Sorte, aber das sind wirklich Welten. So, ja. Genau. Bei Arnold Ehret würde ich noch gerne sagen, das hast du auch angesprochen, Henry und ich, also Henry vom YouTube-Kanal, Henry Lobb, wir haben ja auch viel zusammen gemacht, wir haben auch zu dritt schon Videos dazu gemacht. Bei Arnold Ehret, wenn man einmal liest, wie diese Früchte kostet und viel Fasten und dieses Mono, das war zur damaligen Zeit für ihn in Ordnung. Er hat ja auch viel experimentiert, ist er wieder einen Schritt zurückgegangen, hat wieder Fleisch gegessen, stärkehaltige Speisen, hat er viel experimentiert, in dieser Zeit auch der Gesundung und viele stürzen sich dann zu schnell in diese Früchtekost und vergessen, dass Früchte ja eine sehr entgiftende Wirkung haben. Und manche vertragen das vielleicht auch vier, fünf Jahre lang, fast nur Früchte, also Früchte basiert zu essen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass dann irgendwann der Bummer ankommt, dass dann Zahnprobleme gibt, Gelenkprobleme, also verschiedenste Beschwerden auf einmal. Und dann sind nicht die Früchte schuld oder die Rohkosternährung, sondern dass man einfach zu schnell in großen Schritten vorankommen wollte. Also das ist immer wichtig, den Gift um ein bisschen zu bremsen, nicht zu viel Früchte, auch Grün zu integrieren, Grün, was auch bei der Entwicklung stützt. Und wenn die Menschen diesen langsameren Weg gehen, dann haben sie auch längerfristig mehr Erfolge. Das ist nochmal eine ganz andere Transformation, als wenn es am Anfang ganz schnell geht und man fühlt sich super wohl, aber dann irgendwann kommt der Absturz. Schon, ja. Bei Anthony William habe ich jetzt, ich habe ja einige Bücher gelesen, das war schon eine Weile her, die sind auch wirklich hilfreich. Also beide Lehren, Anthony William und Arnold Ehret, geben wirklich hilfreiche Tipps, einen hilfreichen Überblick. Die gehen auf alle Fälle in eine sehr gute Richtung. Aber ich finde immer, die individuelle Komponente, also wir sind nicht alle gleich. Und gerade im ersten Buch von ihm hat er auch beschrieben, wie er individuell die Menschen beraten hat. Und da hat er nicht bei allen das Gleiche empfohlen. Und das geht so ein bisschen verloren bei diesen Empfehlungen für die Bücher, weil es nicht mehr individuell ist. Also man kann sich wirklich kostbares Wissen da auch rausziehen, definitiv, ohne Frage. Aber dieses Dogmatische ist mir auch aufgefallen, auch in Gruppen, dass mir Leute schreiben, ja, ich bin jetzt in der Gruppe, ich habe mal Kritik geübt, dann drohen sie mir mit Rausschniss oder ich bin schon rausgeflogen. Oder dass die Leute das einfach, ich meine, ich kann das verstehen, wenn man gesundheitliche Probleme hat. Man geht auf einmal nach der Lehre von Anthony Willem vor und auf einmal geht es einem total besser. Und man denkt, das ist so die Heillehre, das ist das Beste. Aber es ist eben nicht für alle und längerfristig das Beste. Genau. So Bedenken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren. Da hatte eine zum Beispiel, da gibt es auch ein tolles Buch von Anthony Willem zur Leberreinigung. Also gerade, wer Leberprobleme hat oder die Leber ist mit das wichtigste Entgiftungsorgan, dann ist es schon, also er hat auf alle Fälle wichtige Informationen zusammengeführt. Und wenn dann aber eine in einem Blogartikel schreibt, ja, sie macht gerade die Leberreinigung und sie müsste jetzt noch das und das essen, aber sie ist schon so voll und sie quält sich so irgendwie rein. Und dann ist genau, das ist wieder der Punkt, den du immer ansprichst, die hören dann nicht auf ihr Körpergefühl. Wenn der Fokus sagt, ich bin jetzt satt, dann bitte nicht noch eine Mahlzeit reinquälen. Oder Anthony Willem, also ich weiß, ich wurde ja mittlerweile, ich hatte ja auch mal ein Video über Anthony Willem gemacht, ich habe da so Pro und Contra Sachen, die ich für mich gut rausziehen kann, Sachen, die ich für mich eher ablehne. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass Anthony Willem eher negativ dem Fasten eingestellt ist oder das er abrät. Da haben sie auch gesagt, oh nein, der differenziert auch, das muss man differenziert betrachten. Aber ich habe zumindest auch schon einige gelesen, die Anthony Willem machen und sagen, ach, ich habe jahrelang intermittierendes Fasten gemacht, das tut mir eigentlich total gut, aber jetzt nach Anthony Willem, naja, dann trinke ich halt mal früh Zitronenwasser, Selleriesaft und diesen Heavy Metal Detox Smoothie. Und wo ich immer denke, ja, warum? Oh, dann fang doch einfach später an damit, das muss doch nicht gleich los. Dass dieses Morgenritual machen, dann beginn doch einfach später, wenn dir das jetzt so gut getan hat mit dem Fasten. Ich meine, manche probieren das dann einfach und es tut ihnen gut und sagen, ja, okay, dann habe ich mal ein intermittierendes Fasten mal ein paar Jahre probiert, aber jetzt mache ich Anthony Willem. Oder mit dem Zitronenwasser zu viel trinken, das kann für viele Menschen gut gehen, aber ich kenne auch Menschen, die Zahnprobleme bekommen haben. Also, man muss da immer mal ganz individuell schauen, ob das für einen überhaupt umsetzbar ist, oder dass die Leute so einen Stress geraten, oh, ich muss jetzt früh mit Selleriesaft pressen, die ist Zitronenwasser, Heavy Metal Detox, mir noch schnell Snacks zusammenschnippeln für die Arbeit. Und dann sind die so im Stress den ganzen Tag, wo ich sage, erst mal früh, vielleicht eine halbe Stunde länger schlafen, erst mal ein bisschen Meditation machen, vielleicht ein bisschen Yoga oder einen kleinen Spaziergang. Und einfach erst mal überdenken, ja, ob das wirklich dann so ein Vorteil ist für die Gesundheit, wenn man sich da jeden Tag stresst oder jeden Morgen. Das sind auch so Sachen, also da gibt es wirklich auch differenzierte Meinungen. Ich denke, ein Großteil profitiert schon von dem Lernen von Anthony Willem. Aber man muss halt längerfristig schauen, was bringt einem das längerfristig? Und ich habe von einer Klientin, die hat mir erzählt, ja, mir ist es dann besser gegangen mit dem Rücken, aber ich habe dann Zahnprobleme bekommen. Nach einem anderthalb Jahr hat sie gemeint, ja, und jetzt kommen meine Rückenprobleme langsam wieder. Das hat mir nur kurzfristig geholfen. Dann hat sie auch für sich noch nicht so diesen richtigen Ablauf gefunden oder die richtige Ernährungsweise, wie sie das alles so zusammenfügt. Und ja, das ist halt, finde ich, einfach wichtig, darauf mal hinzuweisen, dass man auf sein Körpergefühl achtet, nicht sich blind da reinstürzt. Und du hast ja auch mal einen guten Hinweis, auch bei deinem Event im August gegeben, wo ich ja auch dabei war, oder hast du auch in unserem Livestream gesagt, bevor du die Leute, also mit denen eine Ernährungsumstellung machst, sollen die erst mal ihre Essverhalten überdenken und schauen, wie essen sie, essen sie achtsam, essen sie, kauen sie gründlich, welche Mahlzeiten essen sie, aus welchen Gründen essen sie, wenn man aus normalen Gründen isst. Aber wenn man Sachen in sich reinstopft, dann muss man auch schauen, wie kann man da eine Alternative schaffen, dass man sich erst mal über sein Essverhalten bewusst wird, dass man da erst mal anfängt und dann, dass man das erst mal so in Einklang bringt oder sich das, ja, einfach nochmal transformiert und dann einfach schaut, so und wie gehe ich jetzt in eine gesundere Ernährungsweise, wie kann ich das jetzt ersetzen? Ja, genau. Also erst mal, ja, genau dieser, auch dieser, ja, geistige Aspekt, sage ich mal, der wird oft vernachlässigt oder dass man in diese innere Entspannung emotional, psychisch wirklich ausgeglichen stabil ist, dass einen da nichts aus der Ruhe bringt, weil viele vergessen halt auch dann, dass man sonst immer emotional gegessen hat, also ist in, ja, 99 Prozent der Fällen so, dass die Leute emotional essen, immer zu einem gewissen Grad, der eine mehr, der andere weniger, aber dass man erst mal diese psychische, emotionale Stabilität, Balance findet, weil durch die Ernährungsumstellung kommen dann halt auch viele Themen emotional oft hoch, ja, was vielen halt nicht so bewusst ist, genau, ja, unverdauer, ja. Ich weiß, dass Antonio Willem auch so die Mangelernährung oder die, so die, den, die mangelhaften Böden anspricht, ne, dass das Obst und Gemüse nicht mehr oder nicht mehr nährstoffreich ist, aber er legt halt den Fokus auf Obst und Gemüse und auch Bio-Obst und Gemüse hat nicht mehr den Nährstoffgehalt wie vor 50 Jahren und deswegen, ja, finde ich auch wichtig, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, also vielleicht kann das ein Zuschauer nochmal kommentieren, was Antonio Willems, ob der explizit etwas zur Darmreinigung sagt, also ich finde, Darmreinigung ist das A und O in der heutigen Zeit, das mit dem Darm wieder so weit aufbaut, dass er auch die Nährstoffe, die ja schon viel weniger sind, sagt man, als vor 50 Jahren, auch wirklich aufnehmen kann, ne, also du kannst ja hochwertige Nahrung in dich reinstopfen, sag ich mal so, auch nährstoffreiche Nahrung, aber wenn der Darm das nicht aufnehmen kann, wenn der Darm nicht in seiner vollen Kraft ist, dann wird es früher oder später auch jetzt keinen Nutzen haben und da finde ich halt auch wichtig, immer den Fokus Darmreinigung, wie man das unterstützen kann oder eben auch nährstoffreiche Koste, Sprossen, Wildpflanzen, auch Mikroalpen, sollen ja nährstoffreich sein, ich weiß, du nimmst ja auch Spirulina jetzt eine ganze Weile und auch Wildpflanzen und das ist, finde ich, schon wichtig, dass man das immer mal integriert, aber Anthony Wilm, er empfiehlt ja, glaube ich, auch Spirulina aus Hawaii so ein Besonderes, weil es in seinen Augen so wertvoll ist und auch Wildpflanzen, das muss man schon sagen. Ja, schon. Ja, allgemein, denke ich, ist auch noch so eine Gefahr bei all so einem Ernährungshypes, dass halt dann immer wieder nur ein Baustein die Ernährung rausgesucht wird und dann nicht zu sehr ganzheitlich geguckt wird und oft ist es ja so, wenn man sich den Alltag, was du ja auch angeschnitten hattest, anschaut, so, die Leute sind so unter Stress, gerade wenn man dann noch von der Ernährung her noch mehr umsetzen soll, stressen die Leute sich noch mehr und wenn man unter Stress ist, dann ist es schon fast in Anführungszeichen, natürlich ist es nicht komplett egal, was man dann isst, aber wenn man unter Stress ist, übersäuert der Körper sowieso, die Verdauung funktioniert alles nicht richtig und dann ist es auch nicht komplett egal, was man isst, aber es ist dann zweitrangig, was man isst und da muss man halt auch immer individuell gucken, weil oft hat man da halt auch diese Eigenblindheit und sagt, oh ja, nee, bei mir ist ja alles gut, wenn man da mal einen Blick von außen hat und jemand guckt da mal auf seine Situation, dann merkt man auch, okay, was ist denn da eigentlich vorrangig gerade, weil bei dem einen ist es so, ja, der ist eigentlich psychisch wirklich ausgeglichen, der hat ein gutes Mindset, so, der ist emotional wirklich stabil eben und bei dem ist es vielleicht wirklich dann so, wenn der die Ernährung umstellt, hat der super Effekte, so, aber bei anderen ist es so, die sind vielleicht psychisch eh schon nicht so stabil, sind in keiner stabilen äußeren Situation, wo zusätzlich nochmal Stress dann erzeugt, weil sie nicht so stabil sind und dann noch die Ernährung umstellen und da wir halt dann erstmal herangehen wirklich, ja, auf so einer psychisch-emotionalen Ebene, dass man da halt mal guckt, ja, was ist da, was mich gerade eigentlich stört, lebe ich überhaupt das Leben irgendwie, was ich leben möchte, mache ich das, was irgendwie, ja, was mich irgendwie berührt, was ich machen möchte, was irgendwie sinnvoll in dieser Welt ist oder, genau, lebe ich halt so in den Tag hinein und mache einfach nicht das, was mich erfüllt, bin da eigentlich gar nicht glücklich, so, dann würde ich da erstmal ansetzen und dann, wenn man mal dieses Fundament hat, noch mehr in die Ernährung gehen, genau, aber das wird halt oft, finde ich, vergessen, auch wenn man solche Ernährungshypes hat, dann denkt man, ja, mit der Ernährung passt alles und dann geht es mir auch wieder besser. Ja, zu einem gewissen Maße hat das natürlich eben Einfluss auf die Emotionen, aber wenn man auch nicht lernt, dann die Emotionen trotzdem zu verarbeiten, ja, dann ist es auch immer schwierig, ja. Ich möchte zum Schluss nochmal gerne erwähnen, weil wir hatten ja gesagt, es geht generell um solche Hypes, ne, Anthony William, Arnold Ehret, das ist jetzt gar nicht mehr negativ gemeint, das sind wirklich wichtige Lehren, wo man sehr wichtige Informationen für sich rausziehen kann. Ich möchte aber zum Schluss nochmal was erwähnen, und zwar möchte ich nochmal was zu einer Parasitenkur erwähnen, wo es ja wirklich für einige Menschen ziemlich nach hinten losgegangen ist. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, Alex Green, der hat nochmal vor Jahren ein Interview gemacht, der war hier bei mir und das war für mich auch alles ganz neu, der hat das überschrieben, wie er diese Parasitenkur macht, das war damals noch mit sehr einfachen Mitteln, also Oreganoöl kann ich mich erinnern, Kohlenhydratarm, Knoblauch-Einläufe und das war, wo ich dachte, aha, Bitterstoff, dachte ich mir so, okay, das könnte man gut mit integrieren, das hatte ich auch mal probiert, fand ich auf alle Fälle interessant und dann hat er ja sein Buch rausgebracht, Parasitenkur, ich hatte mir das dann auch mal bestellt und dann habe ich das so durchgelesen, habe ich gedacht, also wer berufstätig ist mit Familie, wer soll denn sowas umsetzen? Also ich hatte so das Gefühl, dass alle möglichen Mittel, die gegen Parasiten helfen, da in einer Kur zusammengefärscht wurden und es wurde gar nicht längerfristig geprüft, ob das wirklich gut ist. Ja, oder ob die Symbiose, wie was. Und dann kam das ja dann immer mehr raus, dass viele extreme Nebenwirkungen hatten und das war wirklich, also vor allem, weil das auch nicht begleitet wurde. Ich finde, wenn man so eine Kur macht, dann muss man das schon begleiten, dann könnte ich mir das eher vorstellen, mit einem erfahrenen Tag heute sowas zu begleiten. Aber die Menschen dann sagen, hier, macht mal und das wird euch heilen. Und er hat sich ja dann selber auch von dieser Kur distanziert. Ich weiß nicht, ob er wirklich selber gemerkt hat, da ist er über das Ziel hinausgeschossen oder weil er von außen Druck gekriegt hat. Aber da hat man gemerkt... Das Buch bekommt man ja auch nicht mehr. Okay, ja, das bekommt man nicht mehr. Ich glaube nicht, seine Seite hat er runtergenommen, glaube ich, oder hat dann einen Verlink auf einen irgendwie Schweizer Parasitenverein oder so. Okay, stimmt. Also entweder wurde er auch dazu genötigt oder ist dann selber vielleicht von selbst auch, dass er gemerkt hat, das hat zu viel Schaden zugefügt. Also das war ja auch so ein Hype. Also da gab es wahrscheinlich auch viele, die da wirklich Nutzen draus gezogen haben, vielleicht auch ein bisschen für sich abgewandelt haben, aber ich kenne auch viele Fälle, die wirklich da gescheitert sind und sich wirklich auch Probleme zugezogen haben. Also da muss man sich wirklich aufpassen. Ja, gerade bei so extremen Sachen, finde ich, da muss man halt echt dann lieber jemand, der Erfahrung hat, dabei begleiten und gerade in so einen Entgiftungsprozess, wenn man da so krass reinspringt, wie bei so einer Parasitenkur, es kann halt auf die Organe gehen, ja, Leber, Nieren, Entgiftung und auf die Zähne halt dann auch. Also gut, Entgiftung bei den Parasitenkuren weiß ich jetzt nicht so, das ist ja nur kurzfristig, aber wie gesagt, sowas wie Antinivium kann dann auch passieren oder bei Aret, wenn man es zu viel mit den Früchten und ja, dieses Langfristige, also ich habe es ja auch am Anfang nicht so sehr berücksichtigt, wo ich reingestattet bin und viel Früchte und man fühlt sich immer erst mal besser, weil alles ist besser als das, was man vorher gemacht hat. Und es werden auch Symptome verschwinden, aber auf lange Sicht, ob die Ernährung dann im Gleichgewicht ist, das bekommt man halt auch wirklich nur dann über das Körpergefühl immer mehr hin. Ja, das war es erst mal von mir. Wir sind soweit. Du hast jetzt auch noch mal was gesagt. Genau, liebe Zuschauer, was haltet ihr von unseren Gedankengängen, von unseren Erfahrungen, was wir hier geteilt haben? Was haltet ihr von diesen ganzen Ernährungshypes? Folgt ihr auch jemandem erst mal 100% oder schaut ihr einfach, dass ihr euren eigenen Weg findet und nehmt euch immer das Beste, die besten Aspekte aus verschiedenen Lehren heraus? Wir freuen uns auf alle Fälle über Regenaustausch, ihr Lieben. Danke dir, Tobias, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das Thema mal gemeinsam erörtern für meine Zuschauer. Ja, ihr da draußen, ich wünsche euch oder wir wünschen euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Ciao. Ciao. Ciao.